Ich muss gleich weinen, ich muss gleich weinen, das war nur diese Finde. Morgen Jungs, hallo, oh man, ich bin schon wieder am lachen, das lustigste ist eigentlich immer der Start vom Video, den wir immer rausschneiden, weil es zu peinlich und asozial ist. Soll ich durchrennen? Ich weiß nicht, bringt das was, das müsste schneller sein als das, was jetzt passiert. Das war zu langsam. Also wenn du durchrein willst, dann musst du auch konsequent durchziehen. Okay, der wurde nicht gefixt. Ich gucke ein bisschen näher an die Facecam. Der ist offen. Nein! Ja komm, mach zu und mach auf und künzl. Dreh ein Seil. Und go. Der steht da? Wie doch nicht. Das war da von hinten. Jetzt geht's zurück, oder? Oder? Oder nicht. Das hat sich fast, ich muss glauben, keine Ahnung. Und du bist zurück. Nein! Ich zuckst du mit deinem Haus, dann ist es vorbei. Das wird ne kurze Episode. Das ist eh jetzt schon. Woh lang? Ist mir egal. Ja. Fuck. Viel Spaß. Ich bin dann mal weg. Oh meine Leute. Wieso passiert mir immer so Zeug? Ja. Das ist diese Konfitur, ne? Na gut, jetzt kannst du versuchen, in die Mentale zu gehen. Ja, ist egal. Geh weiter. Da brauchst du nicht rein gehen. Der kommt nicht. Hier zu, dann ist ab. Wenn du jetzt diesen Fahrstuhl siehst, dann fahr gleich runter. Ja. Sag mal. Ein bisschen leiser. Das bin ich auch immer. Ja. Dann nimm diese Pille wieder. Jetzt du wieder Lungenclips bekommst. Ja, geht zuerst da lang. Ich glaub, da war vorhin der Ding. Ich denke, es ist gleich. Ja, siehst du. Jetzt fahr da runter. Dauer noch nicht. Ja, da waren wir schon, aber da sind wir nicht runtergefahren. Ja, mein ich ja. So, jetzt packst du wieder bestimmt. Ja, jetzt gucken wir mal, ob wir jetzt... Zwar zumindest so aus, aber es könnte auch dem Intimation sein. Ne, das ist das. Der war vorhin nicht da. Guck mal auf das Face von dem alle. Oh! Oh! Ich erschrecke. Seit diesem Virus. Kruse weg. Also hoffentlich sehen wir ihn hier. Was ist das? Also hoffentlich sehen wir ihn dir dann sicher. Was ist das?! WAH! Da waren zwei! Das war der von draußen und da... Jetzt sind wir auch Zombie oder was? Kann man jetzt diesen Virus? Aber da läuft der andere... Ich glaube, das war dieser Virus, dieser... Ja, das mit der Maske war da auch, oder? Nee. Da stand neben mir was? Und der, der aus dem Raum rauskam. Alter. Wir müssen das uns im Video nochmal anschauen dann. Ja, du... Frame by Frame müssen wir uns das anschauen. Das war verschwind. Aber die Frage ist jetzt... Wenn du... noch aufs Inventar hättest zugreifen können, hättest du wahrscheinlich machen können, hättest du diese Pille nehmen können. Ja, aber der hat geschossen. Ja, da hast du kurz Zeit und dann ist es vorbei. Ja. Verzieht er dann, dass du grad... wieder dezomifizierst? Dann lässt er dich am Leben. Ich glaube nicht, dass es so gut programmiert ist. Nichts gegen den Entwickler, aber... Alter. Ich spiel nochmal. Das war jetzt noch... Ja, mach nochmal. Wir sind so kurz, aber... Wir haben erst 5,5 Minuten. Und die Zuschauer haben gesagt, sie wollen 10 bis 15 Minuten. Haben sie gesagt? Ja. Geschieben. Nicht gesagt. Wieso machst du Fury? Äh... Frat. Fred. Bist du neidisch auf meine Identität? Ich weiß es nicht. Hated. Fast. Geil. Rated. Der Map Seed wird es in sich haben. Und das war jetzt auch echt komisch. Ich renne am ersten Raum zurück. Immer wenn ich spiel, ist es am Anfang kacke. Ist... Aber wahrscheinlich ist es dieses Event, das trippt nur ein, wenn du durch den konventionellen Weg da runter kommst. Also durch den eigentlichen Aufzug und nicht durch diesen Bug. Ja. Ja. Aber ich habe echt Schiss gehabt, dass da jetzt dieses andere Viech kommt. Die ist in India. Nein! Wer ist jetzt hier? Ich weiß nicht, was ist. Wo ist der? Ist der hinter dir? Wo geht denn der so crazy? Was ist denn? Ich will die Tür öffnen. Naja. Ich gehe da durch. Leider dich schlossen. Das ist hier. Leider dich schlossen. Das ist wie schlimm. Wenn man zu sehen. Okay, weiter geht's. Ich glaube, jetzt wird es ein bisschen entspannt. Soll ich mal eine kleine Neuigkeit teasen oder machen wir das zum Ende des Videos? Ist mir egal, machen wir was du längst. Jetzt habe ich das gesagt und dann, wenn ich das am Ende des Videos erst mache, dann schauen wir bis zum Ende des Videos an. Oder sie skippen. Warten wir bis zum Ende. Ich bin da nicht drin. Hast du es auch gehört? Ja. Gut. Wieso geht der rechts dran? Der ist da drin, deswegen. Das sieht safe aus. Der ist nix. Ja, aber der schafft da an der Tür. Mach der nix. Da komm ich mal nicht rein. Och man, nein! Ah, da musst du wieder das Book of Diseases holen. Ich will es aber nicht wieder nehmen. Meinst du, es kommt immer Lank-Cancer? Wenn du dann einen Harte-Attack kriegst. Also die kriege ich auch so. Dann verstehst du auch. Oh shit. Ist das jetzt weg? Ich würde mal interessieren, ob es mehrere Krankheiten gibt. Mehrere Möglichkeiten. Oder ob du immer Lungen trägst. Wenn du eine Keycard findest, dann nimm dir dieses Book of Diseases. Das interessiert mich niemand. Was ist er da? Ich warte mal kurz, weil ich kann gar nicht mehr rennen, ey. Dr. Fearing. Du, ey. Also. AHHHHH! Hey, wenn das nicht klapp war. Mal aufhauen. Du stirbst. Du stirbst! Junge. 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 Jetzt? Mann bist du Crank, alter. Ja. Gut. Das war's, oder? Wir können nicht mehr weiter. Ich glaube, jetzt ist er weg. Ja, ich geh auch nach oben. Achso! Nein! Ja, jetzt geht's weg, aber ist jetzt weg. Hopefully. Die Chance, dass er weg ist, steht 30 zu 70. Also 30 Prozent, dass er weg ist. Vielleicht ist er auch schon in einen nächsten Raum vorgetrunken. Er kommt hier schon. Ne, der ist nicht da. Und jetzt hat er dich in drei. Tsch, 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 tsch. Zwei. Und. Ja, der springt eh wieder aus der Decke. Er ist einfach aus der Decke gekommen, ne? Der ist nicht einfach irgendwie aus dem Lüftungsschatz oder so. Da, wo du gekommen bist, da war eine Decke. Schau doch mal an die Decke, wenn du da rausfährst. Ob da irgendwas ist. Sind die eigentlich kacke? Wer hat sich so ein Level ausgedacht, ey? Ich habe gesagt, du sollst an die Decke schauen, ob da irgendwas war. Wieso behindert? Ich schaue da nicht an die Decke. Ich hätte es gemacht. Ja, nachdem der vorher heruntergekommen ist. Ja, da ist er nicht drin. Was heißt denn? Jetzt soll er beeilen. Unterm Lungenkrebs. Lungenkrebs ist das Word of the Day, oder? Ah ja. Zu uns meine ich jetzt. Nicht international. Dann kommen wir hier wieder diese Elektrozäune. Haben wir die überhaupt schon mal gesehen? Seit 0.7? Seit dem Update? Oh, vielleicht hat die abgeschafft. Also wenn du jetzt wieder die Pille siehst, fährst du wieder da runter. Und wenn du dann wieder zum Zombie wirst. Ich glaube, jetzt kommt das 96. Ne, ist wieder da. Perfekt, ist ja perfekt. Ich will da speichern können. Das Speichern ist wohl Pussy-mäßig. Ja, aber dann können wir das erkunden. Jetzt kommt ja wieder diese Zombie. Und was machen wir dann? Das stört mich. Das ist die Episode vorbei. Dann sind wir am perfekten Zeitplan. Wir machen einen Plan. Weiter, wir machen einen Plan. Geh jetzt raus. Da ist nichts. Du kannst sowieso auf der anderen Seite wieder hochfahren. Wenn du schnell genug bist. Außer wenn du gelockt bist. Dann ist es natürlich blöd. Wenn du in den Raum gehst, glaube ich, steht das Viecher aufbauen, wo du liegt. Aber jetzt ist da kein Zombie. Der lag da auf der anderen Seite. Oh. Weißt du, dieses tiefe Wumann, das war vorher nicht da. Dieses Wumann war vorher nicht da. Ich will da nicht rein, bitte. Geh da rein jetzt. Komm, das ist ein Zombie, oder? Alter, Verwalder. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was sagt der? Silence. Alter. Geh weiter, geh weiter. Ich hab dich voll abgehängt, Junge. Kann er durch die Wände gehen? Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, was machen wir? Keine Ahnung. Oh mein Gott. Nein! Jetzt? Jetzt nicht. Was? Gott sei Dank. Gott sei Dank. Er ist ja auch nicht rumgelaufen. Er ist ja auch nicht rumgelaufen. Nein! Mann! Ich dachte, wenn er aus der Decke guckt, dann kommt er nicht! Doch! Dann kommt er nur, oder? Der kommt kurz danach aus dem Boden. Ja, geht er gerade aus, ey. Ich hoffe, wir kommen jetzt wieder raus, Mann. Ein Schweißausbruch folgt demnächst, ey. Ja, ist egal. Andersrum. Da, ne, warte, eins, rechts, rechts, rechts! Als ob du ne Ahnung hättest, oder? Scheiße. Ne, da geht's wieder in den Kerker. Ich spring mal da runter. Ich will noch mal reingucken, was da war. Ich kann dich jetzt mal unter so'n Ding stellen. Stell dich mal unter so ein. Keine Ahnung? Game of Thrones? Dieses, dieses... Gefläch? Game of Thrones? Nein, bei Game of Thrones, du Gehirnapportierer. Da ist doch dieser, ähm... Dieses Gefängnis am Abgrund. Dieses Verlies. Ich finde ja nur Wadda mitten. Ich finde auch Wadda mitten. Ich finde auch Wadda mitten. Da ist dieser große Saal. Geh da nicht hin. Nein! Das ist blöd. Wieso hast du Angst? Wie ich da etwa Angst schreiße? Da kommt immer dieses gruselige Gesicht. Das ist illegal. Da hat er keine Fearing Angst. Das glaub ich dir gleich. Dann wieder zu seiner Mama. Und tot. Noch ein Stück. So. Tot. Noch ein Stück, damit du stirbst, meine ich. Das war zu viel. Jetzt, jetzt stirbst du. Halt dich rechts. Nicht links. Rechts. Das sind zwei, oder? Das. Wow. Oder vielleicht ist es jetzt dieser Way Out. Man muss diese Challenge eben bestehen. Noch ein Stück. Ja, da geht's raus. Jetzt. Exit. Noch ein Stück zu machen? Nee. Kann sein. Na, scheiße. Das ist jetzt. Das ist jetzt. Das ist jetzt. Gut. Nicht wahr, oder? Aber das ist jetzt die reguläre Ding, wo wir wieder rauskommen. Was ist das? Mach mal ein Inventar. Ja. Ja. Du hast ja gar nichts, oder? Achso, ich hab nichts mitgenommen, stimmt. Ja. Es wäre lustig, wenn alles weg wäre. Ja. Ja. Geht auch dran. Das wäre wirklich zu mir sympathisch. Das ist echt mies, oder? Du beklappst diesen schwierigen Weg, oder? Ja. Das wäre diese... Oh, das ist mir zu empfinden. Ja. Kommen wir überhaupt noch raus? Ich weiß es nicht. Ich komm mit vielleicht zu. Wenn es einer von euch zuschauen, seit der Version 07 geschafft hat, aus der Pocket kommt. Schreibt einen Kommentar. Wie ihr es geschafft habt. Und auch vor allem. Das würde mich mal interessieren. Da schlauft der Asthmatiker. Bitte. Folgt die guten Texturen, oder? Guck mal. An die Wände. Oh. Schaut gut aus. Oder liegt das an dem 32-fach Anti-Aliasing? Der wird schwer von ihm angezogen, ne? Süßes. Neig. Oh. Was? Getropft. Ich glaube, ich sterbe ja nicht seitdem zu nahem Kopf. Okay, klar. Vielleicht musst du auch sterben, wenn du rauskommst. Guck mal auf den Boden. Das kam blut. Dann hörst du es doch auch, oder? Ja. Vielleicht nackt der an irgendwas. Oder er fäbt. Du bist so gedroht. Wo war man jetzt dann rechts, ne? Ja, das ändert sich doch eh willkürlich. Achso. Da geht's wieder zur Drücke. Dann springt er unter. Ja? Ich spring aber unter ihn, lass mich nicht vor einem Steinäuschen. Ja. Du da halt. Ne? Oder? Doch. Versuch was wert. Na ja. Puh. Die Pocket der Menschen ist echt scheiße. Also jetzt müssen wir echt wieder vom SB106 fliegen. Ich hätte es halt gut gefunden, wenn man dann versucht, da wieder rauszukommen. An dem Ende von diesem... Ja, aber wie? Ja, es ging nicht auf jeden Fall. Ja, deswegen, wie kommen wir da raus? Egal. Voll blöd. Bis zum nächsten Mal. Ach ja, ich wollte euch ja sagen. Ah ja, genau. Genau. Apropos nächstes Mal. Und zwar habe ich mal einen Gastaufschritt klar gemacht. Und ich habe schon eine feste Zusage bekommen. Und ich sage mal so viel, ihr dürft euch freuen. Wenn es klappt. Mehr will ich nicht verraten, oder? Ne. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.